so liebe freunde willkommen zurück zu einer weiteren runde just cause 3 ja also in der ersten folge hatten wir keine zeit auch nur einen einzigen klaren gedanken zu fassen ja weil wir sofort ins action reiche geschehen geschmissen wurden ja es geht mehr oder weniger darum dass wir hier nach hause gekommen sind in unsere city gibt es eine map es gibt eine map also wir sind eben hinaus gekommen in die city und hier ist alles rot der rot bedeutet alles wird beherrscht von irgend so einem diktator wahrscheinlich müssen wir hier dann offensichtlich alles mal klären und mal gucken wo die mission uns hinführt auf jeden fall sagte uns die gute diema deren hof wir hier gerettet haben übrigens das war die letzte aktion in der letzten folge sagte uns dass wir einen neuen haken bräuchten der unserer wäre völlig veraltet und mit haken meine ich natürlich dieses schöne dinge näher wird ich habe eine was distanz zurückgelegt weit ist er durch einzeln was ach so das ist so ein online ranking okay auf jeden fall werden wir mal sehen wo wir wie kommen wir denn jetzt zu diema ach guck mal hier ist ein symbol ok mission starten los geht's die ladezeiten halten sich in grenzen ist gut der aufstand in medici ist gefährlicher als du vielleicht denkst komm mit ich habe da eine kleinigkeit die ich dir zeigen möchte komm ist ein verbessertes modell wir können gleich mit den tests beginnen hast du deinen fallschirm noch zum glück konnten wir die katastrophale ausfallquote senken wir waren vorsichtig gründlich und auf sicherheit bedacht nicht so wie thema nicht wie damals in guatemala ich bin nicht für den feldansatz geschaffen aber du hast mich gerettet nach guatemala sollte ich bavarium erforschen bavarium kommt nur in medici vor sehr seltsam abgesehen von seinen magnetischen eigenschaften kann man es zu einem extrem starken sprengstoff raffinieren oder als treibstoff verwenden in den falschen händen riko das bavarium ist in den falschen und genau das werden wir ändern ich weiß dass ich mich auf mario verlassen kann diema was ist mit dir ich habe viele fehler gemacht riko vergebung beginnt mit taten diema ja aber ich keine ausreden mehr ich werde helfen wir treffen uns am außenposten gardia alpha du kannst mir beim test der neuen ausrüstung helfen sie schießt uns einfach davon okay es geht also noch um irgendeinen stoff namens bavarium okay moment was wir müssen also müssen üben so anfänger glück hallo wir sind riko ich habe ich komme da gar nicht dran ist so weit weg jetzt ja mache ich doch gerade kann ich nicht während des fallschirms habe ich doch gerade da bin ich bitteschön das war einfach cool der haken ist cool oder sind fast hier warte explosion verhindert explosion sicherheit geht vor geht's dir gut ja los fangen wir an ich sollte in deiner nähe bleiben um fehler in deiner ausrüstung zu beheben was du hast doch keine flugangst oder quatsch ein akrofobe agent völlig absurd das sind rebellen salut was hast du mit mir gemacht der vormarsch der technologie dein haken wurde auf den neuesten stand gebraucht geringeres risiko von abgetrennten gliedmaßen du kannst jetzt zwei objekte verbinden und an dich ziehen dein freund mario hat vorgeschlagen es hat schon 03 zu nennen aber ich glaube der name würde rechtliche probleme verursachen dieser gardia alpha wäre doch ein guter anfang oder zum beispiel könnte dieses tor dran glauben ja dann hättest du zugang zum außen posten mir ist aufgefallen dass die rebellen nicht gut über zäune klettern können falsche ernährung würde ich tippen ich weiß dass ihr es nicht leicht hattet aber das hier ändert einfach alles mit dem teil kann ich den außenposten auseinander nehmen ohne rum ballern was was ist das langweilig halte maus 2 verbindung herstellen und jetzt ok also wir können sachen was muss ich jetzt mal alles zerstören ich zerstöre alles das ist cool das laut ist das laut laut ok wie zerstören wir jetzt das große dingen nein hier sollte ich nicht sein weg 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 los zieh ran zieh ran ok wir nehmen wir mal so ein fass da oben hin ja oh 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 lauf ok das war was ein drittel ansiedlung befreit die ravello verliert die kontrolle über diese provinz befreie achso ich muss alles befreien dann geht es weiter dann haben wir die die siedlung befreit ok wie ist die alte jetzt weg ok die alte ist jetzt weg ok neue koordinaten die mal treffen koordinaten kann ich wo sehen ach da hinten 108 da oben ist er hingegangen ok also laufen und springen ist eher so im maul ich glaube hier geht es eigentlich nur um den haken ne ich glaube hier geht es mehr nur um den haken weil der haken ist echt top so weiter geht's so eine schlampige arbeit die firewall ist durchlässig wie ein sieb ist dieses netzwerk von affen entwickelt worden oder was unpraktisch du hättest mich auch rufen können ein angriff steht bevor regierungstruppen nähern sich es ist ein vergeltungsschlag für letzte nacht die rebellen sind in gefahr die regierungstruppen werden sie gnadenlos überrennen das ist tragisch und aufregend nicht aufregend jedenfalls nicht der angriff falsch ausgedrückt eine aufregende chance meine neue erfindung zu testen und was ist das dient der vermeidung von katastrophen streck deine arme aus nein so das arme tablet was zum teufel soll das werden fertig du hast jetzt ein wingshut praktisch zum gleiten am besten startet man direkt am ab Hilfe sie hofft es funktioniert das ist nett ja das ist ja nett die mado wir müssen alles wieder ins lot bringen ich bin ein versuchskaninchen wo ist denn diese brücke los zack mal her ach da unten ja da komme ich auf jeden fall hin auch wenn ich nicht fliege ok von der klippe springen leer und e benutzen wow dieser wingsuit ist nicht übel haben wir überlebt was ist das denn haha ok das war mein fehler glaube ich oh wir können auch leute anhaken guck mal ja nice das probieren wir mal ok ok das hat jetzt sehr schlecht funktioniert wie kann ich damit hochfliegen also nochmal ne wie kann ich denn hochziehen kommt das alles in meine statistik hier wie oft ich sterbe ich hoffe nicht das wäre ja peinlich das wäre ja peinlich ja aber wot 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 wie kann ich denn da kommen wir ok hier auch ich bin jetzt unterwegs zum aussichtspunkt wo ist der aussichtspunkt ja ok bei ich komme nicht hoch es ist zu weit weg so der konvoi kann kommen erhalten wenn ich erhalte kann ich was was ist denn wenn ich erhalte kann ich dann den feind sehen und wie kann ich jetzt explodieren lassen wow naja ich habe ja ein wingsuit ne ich komme ja rüber ne äh warte mehrere helikopter nähern sich in der nähe sind zwei boden luftraketen batterien markiere position empfehle um programmierung ok ich fliege hin was für ein fail was für ein fail was für ein fail so ich bin da habe ich batterie ist unter kontrolle jetzt auf die andere seite beeil dich andere seite ok äh ich komme nicht hoch äh moment boah das muss erstmal hier raus haben ne diese technik mit dem haken los hab ich nicht gesehen sorry ok das war's so macht man sich freunde da kommen sie ok hallo hoch ich will das sehen oh da kommen schon die ersten raketen nice schießt du auch nochmal ja ja wie ich habe die zerstört ich habe die nicht zerstört indirekt vielleicht boah ist das eine schöne gegend hier guck der ist doch weg bitte ich bin's mario mario frigo erinnerst du dich an das haus meiner gran madre sie kocht heute abend du musst kommen woher hast du ein funkgerät mario was das haben die hier alle außerdem musst du over sagen over wir ha 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 cool die macht dir keine gedanken über funkgeräte gran madre kocht schon sei pünktlich over over ok wir versuchen jetzt mal nochmal den winx jute ah guck mal ha 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 aua riko das esser wird kalt gran madre tritt durch beeil dich ich komme ich habe Probleme kurz ha 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 oh man leertaste habe ich vergessen ich muss den falsch schieben was verbindung lösen so ich bin da was gibt's denn riko bist du das ja ich bin's gran madre denn bist du geworden sagst du mario bitte dass er diesen schrubb von meinem rasen schaffen soll certo gran madre gran madre mag wohl das auto nicht ja sie mache es noch nie du hast es nie fertig gemacht ich habe auf dich gewartet ich bin nicht sauer ok dass du gegangen bist mario ich hatte keine andere wahl weißt du ich habe mir solche gedanken nie gemacht riko aber es gibt einen unterschied zwischen etwas betrachten und etwas sehen wenn man medici betrachtet ist es wunderschön ein juwel unter der sonne aber wenn man medici sieht dann ist es total verrottet mario wirst du jetzt zum philosophen oder was nein so so ist das nicht ich seit einer weile helfe ich den rebellen aber ich bin nur ein kleines licht wir sind keine armee du hast die angriffe auf die ravello gesehen die rebellen sind abgehauen sie haben sich versteckt das war echt peinlich mario riko das essen ist fertig gran madre wir sind sofort bei dir gib uns nur eine minute bitte mario respekt sie ist fast taub ok ich habe einen plan die ravello kontrolliert alle dörfer und städte und ohne seine stützpunkte ist am ende wir rekrutieren einheiten und bauen eine armee auf ich werde man eher befreien übertreibt nicht gleich wir müssen den menschen zeigen dass wir in der lage sind ihre dörfer zurück zu erobern und außerdem zerstöre ich viselektra das ist total verrückt es ist zeit ihm den saft abzudrehen die ravello hat die anlage gebaut in drei vier monaten ich verwandle sie in eine quallende ruine in weniger als einem tag egal was du tust wir sind dabei und egal was du zerstörst wir bauen es wieder auf wir bauen aber das ganze gequatsche vertreibt nicht das knurren aus meinem magen leider los ja bisschen was essen wir jetzt was war so ist auf jeden fall ein bisschen humorvoll gehalten ne ist auf jeden fall lustig finde ich gut zeit für ein upgrade mission abgeschlossen oh bei nacht das sieht cool aus oder willkommen zurück in medici ich bin alessia die stimme von radio del revolution mario sagt du hast fuhr maneya zu befreien und das kraftwerk von viselektra zu zerstören ich kann es kaum erwarten dich in aktion zu sehen ich melde mich wieder wenn du vor ort bist öffne das funkgerät zack wähle deine nächste mission aus marios rebellen abwürfe wo sind die das ist nur basis wo sehe ich denn hier eine mission bitte ach hier das ganz kleine hier aha hier erfährst du mehr über die ausgewählte mission und deine belohnung wenn du sie abschließt ok hier erfährst du wie man die mission freischaltet in dem fall musstest du maneya befreien ok habe ich doch schon wähle maneya aus hier siehst du eine liste von chaos objekten die du zerstören musst um die ansiedlung zu befreien es wird zeit nach maneya aufzubrechen ach ne habe ich doch nicht ich muss also maneya zerstören wegpunkt setzen gute arbeit schalte jetzt das funkgerät aus oh soll ich den wingshut benutzen und wenn ich im wasser lande ach ist mir doch egal was solls leute tschau ich finde das so ich finde das so ultra wie der immer lande in so einem bauch klatscher ja ich krieg die steuerung auch noch rein ich bin ich bin jibbi soo jetzt aber nein bin ich jetzt tot? der hat eine echt stabile Birne ne ok noch 600 Meter jetzt aber ok ich werde im wasser landen willkommen in maneya ich bin hier aufgewachsen ich kann dir also zeigen wie die ravello diese schöne stadt zugrunde gerichtet hat oh wenn wir immer hin und her wechseln kriegen wir neuen schwung hin und her wechseln jibbi aaaaaaah wuuuuhuuu so wir sollten landen ok was muss ich jetzt machen im Visier der Obrigkeit? wieso? ja mache ich wo ist die? wirft diese Statuen um Rico aaaah mache ich gerne und und äh sag mal boah das wäre fies können wir die da dran machen? oh das ist gemein ich löse die Verbindung tschuldigung tschuldigung wollte ich nicht das ist nicht das ist nicht gut gewesen tschuldigung ok können wir zwei benutzen und das ist eine öff okay gibt es noch eine Statue? wo gibt es noch eine Statue? oh hier ist noch ein Turm Boah, ist das laut. Oh, hier wollte ich gar nicht hin. So. So. Schluss mit dem ganzen Geplänkel. Rico ist jetzt da. Da ist noch einer. Und? Wie, ist gerissen? Okay, dann machen wir mal zwei jetzt. Wie, ich habe jetzt nur das Blech da vorne abgetrennt? Oh. Ja gut, dann halt in diese Richtung. Jawoll. So, Alarmstufe 1. Da steht Waffen. Wo sind die? Wo sind die, äh, Dinger, die ich erobern muss? Hä? Ich kapier's noch nicht ganz. Kampfgebiet? Moment, ich muss mal gerade schauen. Dieses Gebäude hier wahrscheinlich, oder? Ich muss mal Überblick verschaffen. Moment. Oder ist das genau hier? Wie erober ich das denn zurück? Ja? Wie geht das? Hier bin ich. Moin. Oh, ich bin jetzt mittendrin hier, ne? Das ist irgendwie doch schlecht. Aber was muss ich denn hier machen, dass es weitergeht? Sorge für Verwüstung. Ah. Super Verwüstung. War auch nicht schlecht, ne? Diese Verwüstung war natürlich auch nicht schlecht. Ne, Moment. Ich wollte Granaten. Wo war nochmal Granaten? Oh, ich bin hier im Stacheldraht. Aua. So. Was muss ich hier machen? Aktivieren. Kommt rein, Freunde. Freunde, kommt. Helikopter im Anflug. Ich hab doch ne Bazooka. Verstanden. Verstärkung ist unterwegs. Kommt, Sir. Wo ist der Helikopter? Wo ist der Helikopter? Aua. Voll durchs Stacheldraht. Okay, das war zu hart. Das war zu hart. Tut mir leid. Okay, jetzt reicht's. So, kann ich das Ding auch noch zerstören? Ja, guck mal. Feuerwerk. Und was ist jetzt mit dem Benzin, ihr Penner? Wie? Rebellen rufen. Wie kann ich denn noch mehr Rebellen rufen? Wie geht das? Ach, da hinten ist noch ein Tor. Waffen. Okay, ich geh da mal hin. Moin, ich bin Re... Oh. Ich dachte, der wäre schon durch. Ich hab den so oft getroffen. So, das ist aber auch kaputt. Wir machen alles kaputt. So. Da, die machen wir auch noch kaputt. So, hier aufmachen. Kommt rein, Freunde. Also, wir müssen einfach nur hier aufmachen. Dann kommen meine Freunde rein und wir haben das Ding erobert. Keine Verstärkung rufen. Keine Verstärkung. War das der Verstärkung, Mann? Also, wir können Verstärkung verhindern. Das ist cool. Wir sind eigentlich auf dem grünen Zweig hier. Worauf schießen die denn? Hä? Auf die Oma? Schießen die auf die Oma? Worauf schießen die denn? Verstehe ich nicht. Da wird noch geballert. Ne, ich glaube, wir haben es durch, oder? Jibbi. Oh, da schießt aber noch einer. Wieso? Da liegt doch genug. Aber wo schießt denn hier noch einer? Verstehe ich nicht. Ach, ich muss noch einen Turm zerstören. Jetzt wird da oben geballert. Okay, ich muss noch einen Turm zerstören offensichtlich. Wo ist der? Ich habe keine Ahnung, wer unser Status ist, ehrlich gesagt. Ich bin ein wenig verwirrt. Wo ist denn hier noch ein Turm? Oder was muss ich noch machen? Ich habe gerade so ein Ding erobert, aber ich weiß nicht wie. Da, 70 Meter. Waffen. Okay, wo sind jetzt die Waffen? Da. Okay. Ja, habe ich. Habe ich, habe ich, habe ich. Habe ich jetzt alle mit. Und jetzt? Rebellenausbruch. Hallo, ich möchte da hin. In einem Fahrzeug in der Nähe sitzt ein gefangener Rebell, Rico. Übernimm den Wagen und bring die Geisel in Sicherheit. Oh, das ist aber eine nächste Mission. Freunde, wir brauchen erstmal einen Folgencut. Wir sind eigentlich schon drüber. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Das machen wir gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.